Anforderungen an ein integriertes Management. Wir haben dort ein paar Schlagworte. Transparenz, Integration, Flexibilität, Kostenminimierung, Zeitminimierung, Dokumentation. Was heißt das? Transparenz bedeutet, jeder weiß, was läuft und wie es läuft. Das ist Transparenz. Ja, sagen alle, leuchtet mir ein. Aber haben wir es denn so gemacht? Wir haben nicht. Wir hatten Strukturen von Herrschaftswissen. Wir hatten Strukturen von Konstellationen, wo die Mitarbeiter nicht wussten, welche Aktionen Auswirkungen hatten, in welcher Art zum Beispiel auf den Gewinn oder Verlust. Warum? Dann wissen ja die Mitarbeiter, was wir verdienen. Und das darf ja nicht sein. Ich habe über Jahre Seminarteilnehmer gehabt, die nicht wussten, wie das Unternehmen, das sie beschäftigt, überhaupt ökonomisch darstellt. Und das ist eben genau nicht Transparenz. Das heißt, was hier steht, ist so harmlos. Bedeutet aber, dass der Mitarbeiter alle Informationen haben muss, die er braucht, um wirklich entscheiden zu können. Er muss die Auswirkungen seiner Handlungen auf die Gewinn- und Verlustsituationen des Unternehmens kennen. Und dafür muss er die Zahlen sehen. Dafür muss er die BWA, die Betriebswirtschaftliche Analyse des Unternehmens oder des Teilbereichs des Unternehmens, kennen. Ich habe schon mehrfach Klaus Koppel erwähnt, Schindlerhof, Nürnberg. Der macht das schon seit Jahren. Jeder Mitarbeiter kennt die BWA. Da ist aber auch eine Zeile in der BWA, da steht Geschäftsführergehalt. Da sieht man, was Klaus Koppel selber bekommt. Wie viele machen das nicht? Wie sehr ist Einkommen noch tabuisiert? Wie sehr wissen Kollegen voneinander nicht, was der andere verdient? Wie oft steht das noch in Arbeitsverträgen, dass man hier sich zu Stillschweigen verpflichtet? Wir haben ja ein tabuisiertes Gebiet. Nur wenn wir sagen integriertes Management, dann müssen diese Tabus geschliffen werden. Wir müssen wissen, was los ist. Jeder weiß, was läuft und wie es läuft. Sie sehen, so handelt ist das gar nicht. Integration. Doppelarbeit vermeiden. Doppelarbeit vermeiden. Das heißt in dem Fall hier Integration. Das aber wiederum bedeutet Kommunikation. Denn was haben wir gemacht durch diese ganze Abteilerei? Die Menschen bewegen sich in ihrem kleinen Reich ihrer Abteilung. Sie gehen mit den Kollegen aus dieser Abteilung zum Mittagessen. Sie sitzen zusammen am Tisch mit den Kollegen dieser Abteilung. Und die Kollegen der anderen Abteilung sitzen an einem anderen Tisch. Und die grüßt man mal so kurz, während man mit seinem Tablett da vorbeigeht. Aber man redet mit denen nicht weiter. Und ansonsten trifft man sie vielleicht zufällig im Aufzug. Aber sonst keine Kommunikation. Misakai war. Wissen Sie, was das heißt? Mir sagt keiner was. Mir sagt keiner was. Das ist ein häufiges Problem gewesen in Unternehmen. Dass keiner so recht wusste, ach, das hat der Kollege schon gemacht. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich das ja jetzt nicht auch noch machen müssen. Doppelarbeit vermeiden war unser Ausgangspunkt. Das heißt Kommunikation. Das heißt, wir brauchen Manager, die solche Qualitäten fördern.